Ja, wir sind jetzt hier noch ne Miene drinnen. Ja. Totesquare wär eigentlich gut. Nur für die Pfeile, ja? Die Teile. Und sonst... Sieht aus. Warte, warte, warte. Ich geh doch jetzt sowieso hoch, deshalb brauch ich die Fackel nicht mehr. Wo bist du? Sagt man nicht. Ja. Hér. Hvað denn? Nema, din Steinböck, du. Und í kóla, Ála, du hast gar keine kóla, menni? Gjörn, du, 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 du. Ich blei, du, du, du. Ich blei, du, 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 du. Und noch ein Knochen haben wir ja. Und noch ein Knochen haben wir ja. Jú, du, du. Ná, ne, Föld. Jú, du, du, du. Was? Kaktus. Oder? Ne, das hab ich ja eigentlich. Ich hab jetzt Kaktusblöcke. Aus dem muss hier alles herrschen. Ach, stimmt. Wo, wo? Eisenlauch. Eisenlauch. Ja? Warte, ich hol's direkt ab. Boah, Alter, dann verläuft man nicht über jetzt. Hier, 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 hier bin ich. Warte, ich muss noch schnell fertig abbauen, ne? Ja, mach. Fertig. Warte, hier. Hast du überhaupt schon fertig abgekommen? Ne, hab ich noch nicht. Dann mach erst mal fertig. 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 Fertig, 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 fertig. Gib her. Nein, 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 nein. Das haben wir zu tun. Achso? Ja. Boah, Alter, wenn man in dem Wagen sprintet. Das geht gar nicht. Aha. Wieder falsch. Tsch, 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 tsch. Mach schön gegen Knoll. Was ist denn? Grab drum rum. Da musst du ja nicht deine Spitzhaufe finden. Ja. Und das kann man doch eh nur mit. Oh, scheiße. Ich hab keine Spitzhaufe gefunden. Ich hab keine Spitzhaufe gefunden. Also so drei Betten sind da. Ja? Und nochmal einen. Aber ich hab keine Spitzhaufe gefunden. Da merkst du die Stelle. Marius, bist du der Miner? Du bist der Miner. Da ist Lennart. Löff, wir öffnen alles auf. Boah, ich glaub wir brauchen eine zweite Kiste. Oh. Nichts. Passt das hier noch rein? Ich kann' nicht. das macht nützlich nur was? Entschuldigung. Das kann man nicht weg machen. Oh, das Eisen ist auch voll nett. Hier kann ich noch raus. Was soll ich noch aus neuen Eisen machen und eine Kiste tun? Die nehm ich mal raus. Ist er hinter mich? Ja. Was? Das ist ein Lapis. Ach so, aus Lapis Lazuli macht man die blaue Farbe ja. Hä? Alter, was macht die denn? Boah, das Eisen ab. Ja, beim Eisen. Hahaha, sehr witzig. Bis in der Höhle und bis beim Eisen. Ach, da bist du. Dann brauch man ein Lapis Lazuli. Haha, echt. Lass das liegen. Das braucht man aber nicht. Ich hab mir verarscht. Haha, du bist ja voll der Harlekin. Wie schlimm die denn? Ich will das Haus irgendwie größer machen. Pack's in den Ofen rein. Weißt du, wo der Rückgang ist? Der eine Steine ruckig ist. Ja, dann kommt die einfach hoch. Da bist du echt ein bisschen nett. Ja, echt, Mann? Wie viele Eisen hast du mit? Du brauchst einfach runter. Mann. Die Fackel war hier. Ich lauf grad die Tabo hoch. Ja, wenn man da oben nur eins hat, geht das drüber schneller. Oh, die Kiste ist voll. Ja? Ja, ich weiß. Nein, Bonn. Pack doch das eigene in den Ofen. Hab ich doch gesagt. Du solltest einen Ofen rein machen. Du solltest erstmal eine Kiste drüber machen. Ach, das sieht... das Haus sieht bestimmt schön bescheuert aus. Ja. Ach, ich hab doch den Puppelstone an den Brot dran gemacht. Stimmt. Ach, man macht Dings in den Ofen. Ja. Ach, Mist. Oh, die Kiste hättest du aber besser sitzen können. Wieso? Geht doch so. Findest du? Hier ist in deinem Kopf. Wenn die mitten im Raum steht, so. Jemand hat die Kiste jetzt eingesammelt. Ne. Ne. Marius? Ich nicht. Weiß ich nicht. Mal gucken, dass die Kiste eingesammelt ist. Stimmt. Mach jetzt. Hallo. Ne, 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 kracht den Tabo. Tabo? Ne, ne, kracht den Tabo. Wieso? Oder was? Hier. Aua. Links daneben. Ja, genau so. Hast du das Eisen jetzt in den Ofen gepackt? Ja, das ist in den Ofen. Hm. Geh weg. Ist hier ne Tür drin? Was macht denn die Karte eigentlich denn da? Die ist zur Beleuchtung. Ach du... Davon brennt nicht. Pfff, sehr witzig. Junge. Wer schlägt denn immer? Wer schlägt denn immer? Irgendwann schlägt immer. Was sieht scheiße aus? Ja, ich weiß. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Sieht echt komisch aus. Da muss ich irgendwie mal aus da drinnen rumhängen. Hm. Alter. Brennt dich hier rum ein. Da ne, wenn nicht passt. Da ne, wenn nicht passt. Da ne, wenn nicht passt. Ja. Na der. Das ist ein Skeleton. Das ist ein Skeleton. Das ist ein Skeleton. Scheiße. Ich hab mich fast gekickt. So. Aus den Knochen mach ich lieber einen Benschen. Schöne es mir aus. Schöne es mir. Ich hab das hier. Hint jetzt. Gebenommen. Du ne, du nimmst die Hinten. Gebenommen. Was ich das hier. Das müssen wir aufgeben. Ich habe' gebrochen. von mir auf kann sie auch einfach auf die erde setzen wir sind ja keine Das ist auch irgendein Duplication Bug. Hast du die da in der Hand? Die Skelette sind ja übel. Die machen mal nur zwei Schläge mit dem Stein. Komisch. Ein Braun ist okay. Niemand. Du, du hast wieder rausgenommen. Ich hab die rausgenommen. Was willst du damit? Boah. Ich hab mal Furcht gesehen. Ich zieht das Eisen. Ich darf nur noch zwei Mal machen. Ich find das Geräusch wenn man über Sand läuft so nervt. Ich find das Geräusch. Alter, hier sind ja immer viele. Bei diesen Vorhänge. Alter, da hat grad irgendwer Schaden bekommen. Ein Zombie. Ja? Ende? Ach, Kleber. Junge, verpisst euch. Ich hab nichts getan. Ah. Okay. So. Ja, das war's. Mit der Folge. Bis zur sechsten Folge. Sechste? Oh, das ist die Fünste oder? Ne, das war die Fünste. Ne, die Fünste war's. Nein. Die Fünste war's. Ja. Ja. Gut.